Ich muss da lang. Okay. Alter. Scheiße. Scheiße, Mann. Scheiße. Die gehen hier ihre Hunden. Wie soll ich denn, ohne entdeckt zu werden, darüber laufen? Das ist doch total behindert. Die sehen mich doch. Scheiße. Scheiße, Mann. Hätte funktionieren können. Sollte aber nicht. Scheiße, wie mache ich das? Ich bin froh. Scheiße. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was ist das? Kann ja heiter werden. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich bin bestimmt noch mehr auf dem Dach. Da drin steht auch einer. Ich bin bestimmt noch niemals loswerden. Ich bin bestimmt noch nicht loswerden. Ich bin bestimmt noch nicht loswerden. Und wenn du es nicht loswerden hier. Ohne Töten geht das nicht. Ist mir egal. Anders kann ich es nicht. Soll ich es nicht. Soll ich es nicht. Ja, jetzt wurde ich entdeckt. Ja toll. Geile Sache. Wie soll ich das denn schaffen, Mann? Das ist unmöglich. Das geht nicht. Ach, Mann. Mann, 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 Mann. Ja, es macht mir Riesenspaß. Mann, 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 Mann. Das regt mich auf. Da waren noch nie so viele Typen unterwegs. Noch nie. Aber jetzt auf einmal machen sie es mir schwer. Läuft hier ein Vollidiot rum? Nein. Hey, hier hast du nichts zu suchen. Natürlich läuft da ein Typ rum. Sarah, wie kommst du denn darauf, dass da in kein Typ rumläuft? Mann. Hör mal dieses Traumdenken. Schlimm, schlimm, schlimm. Ich werde am liebsten einfach so durchlaufen, zu wie wir meinen, aber das geht nicht. Das ist unmöglich. This is impossible. Seit wann laufen da so viele Typen rum? Kann mir das mal bitte einer verraten? Ja, werde ich auch. Ich werde selbst Mord begehen. Natürlich läuft da jetzt ein Typ rum. Natürlich. Dankeschön. 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 Damit komme ich hier wenigstens irgendwie rein. Tut mir leid, mein Freund. Ich muss hier aber irgendwie dann doch reinkommen. Komm da mein Freund. Mann, das schaffe ich doch niemals. Never. Könntest du mir bitte den Rücken zuwärmen? Danke. Werd verrückt, komm mein Freund. Werde verrückt. Werde verrückt. Geht aber Giften eigentlich auch zu töten? Ich vergifte ihn ja nicht, ich vergifte ihn ja nur und töte ihn ja nicht, oder? Ist da ein Unterschied? Macht man da einen Unterschied draus? Ja? Ja, mir gibt's immer hier noch immer Herausforderung. Satz... Beendet. Okay. Okay. Interessant. Oh... Giften. Giften. ab ob es nur dass jetzt hier gerade alles wachenlos durch das gebiet also nicht da oben ist noch so ein vollidiot da ist ein vollidiot ne da läuft schon ein vollidiot rum ich hoffe ich habe ihn getroffen meinte er ist erst schon verrückt geworden nein scheiße ich habe meinen fall verschossen alter ich habe keine ahnung wie ich das schaffen soll ich habe keine ahnung alter ich habe echt ach du scheiße ich habe keine ahnung meine freunde keine ahnung wo ist der idiot der seine runden läuft da hinten ach da sind ja noch mehr die ihre runden laufen schön toll geil finde ich ja super alter ich habe keine ahnung wie ich es machen soll ich weiß es nicht ich kann es euch nicht sagen meine freunde keine ahnung es ist einfach nur es muss doch irgendeine einfache lösung geben wie soll man das denn schaffen man wird an jeder ecke entdeckt egal wo man rumläuft man wird entdeckt wisst ihr was leute ich beende an dieser stelle die aufnahme ich wünsche euch auf jeden fall noch einen wunderschönen tag ich hoffe es hat euch gefallen und bis dahin tschüss tschüss mit mit en sch b Х mit Bis zum nächsten Mal.